hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge generation zero ja in der letzten folge waren wir im widerstandslager wundepäst war wahrscheinlich ein fehler in dieser folge mal gucken machen wir bei der mission wir sollen immer auf den hügel gehen wie es hier steht ich freue mich dass ich eingestellt habe wieder liken kommentieren und abonnieren nicht vergessen das hilft mir den kanal zu verbessern und euch hoffentlich besseren content zu liefern so machen wir uns ein bisschen dahin das erstmal befreien danke du bist eh doch okay so da läuft der gute kerl wieder ran so kümmern wir nicht da kann man ganz kurz stehen okay sehr schön wir müssen das mal ganz kurz wenn ich den baum treffe ich will nicht treffen wird noch ach da läuft der noch her ich hab die lastbelegung geändert ich bin aber leider noch nicht dran okay das ist bestimmt klausel und schuss wääh was ist das junge ja nein 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 mach jetzt du glaubst es geht nicht mehr rein rein Irgendweilig klein her ja aschloch geht doch hier noch einer geht so jetzt wollen wir erstmal den dicken looten also So, stoppen. Okay, noch, bitte. Hier ist schon wieder rum. Stoppen. Scheiße, wir sind da. Denn die haben geschossen, ich glaube es nicht. Scheiße, Mann. Handgranaten. Das ist geil. Komm schon. Puff. Sehr gut. Ach, da läuft ja auch noch. Muss ich hin? Ich werde da oder nach da. Geh nach da hinten. Erstmal. Mach mich doch nicht unglücklich, Junge. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hm. Ist zugelaufen? Scheiße, Mann. Ist ja noch mehr. Das fängt ja schon richtig gut an hier. Okay. Weh. Was? Das war doch ein Digger Äh Liedepus 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 Schießen kann er aber nicht Doch schonmal mir wird was angeprockt steht doch einer oder? ist der dicke ist er auf jeden Fall dicker nicht der dicke komm schon mal weg so mal sehen neiner bieter jetzt fährt er mal auf damit was ist denn hier nur los jetzt 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 naja naja boah shit das war ok 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 wo müssen wir jetzt hin jetzt komplett in die Richtung in die Richtung läuft doch irgendwo was rum werde ich ja schon gerne umbringen x keine daten drüber in die Richtung ich denke ich habe mich zugeladen ne ne lass mal her und nachgeladen was jetzt hier vorne ist, da waren noch immer noch welche achso, der wechselt immer auf die Waffe zurück das ist ja jetzt drin das ist ja jetzt drin das ist ja jetzt drin das ist alles über das zu mir kommen das tut er auch scheiße ich will ja nicht, ich muss jetzt da runter fuck 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 oh fuck oh fuck oh Junge er lauf ich will nur hoffen, dass hier nix ist hier ist bestimmt irgendwas Mann ey ich steh mir da hinterher, ich glaub's ja nicht irgendwas ist auf jeden Fall hier das hab ich nämlich schon gehört ich guck mal was drin ist scheint nicht so ähm feuer und flamme holi verpüß dich oh da vorne ich guck mal ich guck mal ich guck mal ich guck mal hin ich guck mal hin so erster ist weg ich guck mal hin schon wieder aufpassen, dass nicht den dicken hier ein locker shit ne ne uhuhu Ich spür Marino in die Eier, komm Wo ist der Große? Oh, was steht da dahinter rum? Was gibt's hier eigentlich? Ach, ich bin auch noch falsch gelogen Sehr schön Besonders kann ich hin Vielleicht finden wir ja hier was schönes, ne? Vielleicht nicht so Ist das überlebt? Ja Los Die Große geht wieder Sehr freundlich Die Große geht wieder Die Große geht wieder Die Große geht wieder Okay Da waren wir drinnen, da waren wir drinnen Das ist nichts mehr Gut, dann Können wir einmal nach da und einmal nach da Wir gehen gleich nach da Komm Gleich nach da oben So Was bing 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 macht Der sucht denn ins Gesicht schießen, Junge Äh 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 Das Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Wir haben schon ein bisschen Schaden genommen Aber Nee Nee, nee, nee Das ist das Das ist das Das ist zu tief Gucken Hier ist schon wieder irgendwo was Ja da unten Ja, muss ich mal sehen Häppenbauch geht um jeder Reitenkel da hat mich ja gar nicht mitbekommen Sneaky Peaky hat das jetzt hier gemacht Hi Waa Kann ich einfach durch den Bus schießen Das ist umführend Auf jetzt hier Ah, den jetzt kommt Jawoll Sehr schön Ist jemand hier? Ja, hier ist noch jemand. Oh, hier ist noch jemand. Oh, hier drin im Haus. Ja, schließlich. Ja, das ist gut. Die kommen noch in hier. diese faul schweine kommt aber auch nicht der kleine affe da kommt aber auch nicht bist du was soll der sein ist doch drin kommst denn du da rein sag mir mal wie du da reingekommen bist jetzt noch gar nicht rein ne nicht rein er hat sich da einfach reingepackt die kleine cheater so wir waren fertig mit dem haus geht dann gehen wir darüber hin ok sehr schön dann ist das auch fertig könnten wir jetzt noch da runter gehen aber da habe ich jetzt keine Lust mehr zu ähm ne wir gehen jetzt hier rüber da rum ist auch schon wieder ne ist das haus ok also wir gehen jetzt da rüber nicht mehr ja wir fahren Das muss ich dazu sagen. Wir fahren. Oh, das ist... Let's go. Klingeling. Wo war das denn? Ne, das war ein Robby. Ein Robby war das. Ja, den. Aufruf. Ja. Ja, mein Wies. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann. Das ist immer noch. Ne, das ist ein anderer. Das ist der da hinten. Ne, ich meine, hat er. Okay. 5% hat er noch. 82%. Schade. Hierbei. Ja. das ist schon jung ist das ist schon wieder unten ist das bitte das rechts ist nicht schon sehr achso das ist wo wir eben da vorne was genau ist jetzt hier natürlich muss ich dich jetzt bewegen weißt du wo ich geschossen habe ja da warst du vorne irgendwo egal warum hört sich die musik ja das ist gerade durch die felsen gepackt das licht ok wenn wir wohl nicht da sind aussichts wir rosten ab irgendwas das ist schon wieder jemand da ja wenn ich weg okay wir spielen von auf geht das ist das ist das ist gut das ist aber schon irgendwas da leuchtet da was das ist auf jeden fall auch ein aussichtspunkt ach komm her wir gehen da noch rein ist noch da nicht so ist noch da nicht so das ist das licht verstärkert ja ist wirklich was das ist das ist das ist aber noch für eine position achso nein quatsch das ist das ist das ist das kostet wir können aber nicht das draufstehen lassen das wird alles an das ist nicht mehr ähm ok ich würde sagen das ist ein E-Stack auf welchem Film ich sag mal Freitag Stranded ist das Stranded oder so mit mit hier ach wie hieß er ähh ich hab sein Gesicht worgen glaube ich ich guck grad nicht auf sein Laum wenn ihr es wisst schreibt es in die Kommentare dann würde ich sagen danke fürs reinschauen ich wünsche euch noch einen schönen Tag liken kommentieren abonniere nicht vergessen und bis zum nächsten Mal bei 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 0 Vielen Dank.